Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Last of Us Multiplayer mit den Konsorten und ja, hier geht's schon weiter. So sieht's aus. Kathi ist heute ganz ruhig irgendwie. Ach nee, irgendwie, bei mir ist auch so, keine Ahnung. Ja, wir sind so viele weggestorben letztes Mal, das ist schon ein bisschen traurig, das stimmt. Was? Wir hatten 4-4, aber im Zentrum, oder wie? Im Zentrum, so ein Milch, der hasst Zentrum. Ich frage mich nur warum, weil, ne? 4-4 und so. Äh, ja, weil, weil, weil Zufall wahrscheinlich. Ja, oder weil es als erstes ausgewählt wurde. Und irgendjemand chattet noch nebenbei. Das ist da weg, das heißt dann ein Tasten. Klick, 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 klick. So sieht's aus. Aber eigentlich darf man das gar nicht so laut hören. Ich glaube, das liegt immer Mike. Kathi, wie viele sind bei dir gestorben eben? 17. Boah, bei mir auch. Ich hatte noch kein einziges Problem, ich bin jetzt in der vierten Woche. Oder in der fünften. Wart's mal ab, ne? Wenn die 100%-Dinger kommen, wächst, dann wirst du richtig leiden. Dann kriegst du richtig Abzüge. Oh, jetzt lädst du ja wieder so lange, ne? Hm. Ich könnte ruhig mal wie so einen haben, der, ähm, so voll flägt so. Ich lass keinen in meinem Team starten. Ey, die Pussy, sie hat nur Scheiße gebaut, die Pussy. Der Pussy-Lover, bester Mann, sag ich euch. Das war ja nicht mal Pussy-Lover. I Love Mumu, das war der beste Lover. Das ist total. Warum? Bei mir ist es gar auch einfach die Tagesform. Sprich mit uns, Kathi, sprich mit uns. Ja, gut, das ist halt auch, ich meine, lass es fassen, Multiplier-Modus ist ja eher so taktisch. Und bei allen anderen Together, die ich je gemacht hab, mit Multiplier-Spielen, war es halt eher so eine Podcast-Form, dass wir einfach während des Spielens quasi einen Podcast gemacht haben. Ja, das kommt ganz aufs Spiel drauf. Und zum Beispiel bei der D-Day kommen wir jetzt auch nicht wirklich so zum Podcasten. Eben, bei taktischen Spielen ist es einfach schwieriger als bei COD zum Beispiel. Andere Seite. COD, was ist das? Ja, eben. So ein Kack-Spiel hab ich gehört. Da, rechts ist 3. Mach dir nur eine Stelle Gegenstände her. Na komm, komm, sei kein. Ey, das, das dumm ist, bei, bei Zentrum kenne ich mich absolut nicht aus, weil das ein Knie vorkommt. Habe ich. Sehr schön, ich hab ihn. Oh, da ist noch einer. Er braucht einen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Autsch. Hatsch, komm. Ja, okay. Ich hab zwei. Die kleinen Süßen hier habe ich ungenutzt. Da ist noch eine Achtung, Max. Eine ist natürlich drin. Ich hole mir. Wo ist denn? Links wie links. Hände mir, Hände mir. Ja, sag ich, ich hab ihn. Okay. Komm, töt ihn doch endlich. Wo seid ihr? Ich kann nicht treffen, ich kann nicht treffen, jetzt. Also. Das ist halt auch so eine Sache, die ich total unlogisch an diesen Multiplayer spiele. Du machst ein Headshot, da steht 100 plus 100 für den erledigten Gegner und trotzdem kriegst du den Kill nicht angerechnet. Ja, manchmal ist es sehr seltsam. Das ist halt dumm. Wo kriegst du den Kill nicht angerechnet? Ja, ich krieg den Kill nicht angerechnet. Kannst du mal gucken. Ich hab keinen Tod, keinen Kill, keine Exekution. Okay. Hm. Allgemein finde ich es immer komisch bei Spielen, wenn, wenn man einen zuerst Chaoten dann erst erledigt. Doch, du hast ein K.O., Kathi. Ja gut, aber ein K.O. Ja. Wenn ein Headshot... Warum steht dann ein Headshot noch aus? Ja, die leben dann auch noch, die Kramen rum, man muss sie exultieren. Ja. Ich bin fertig. Los geht's! Sonst wär's ja ein bisschen zu heftig, weißt, wenn du mit einem Headshot schon tötest, weil es gibt Leute, die haben es halt echt drauf, ne? Ja, aber teilweise steht man schon nach einem Headshot, aber ich weiß noch wieso, wo haben sie fliegt. Also, meine Leute sterben nicht. Es gibt so ein militärisches Gewehr, was so eine käufliche Waffe ist, hab auch nie gespielt, aber die hat vorhin Schaden. Äh, ja, das, das mit richtig zielfeinem Rohr, das Scharfschützengewehr, ja. Das ist ja nur eine Jagdblende, die du hier hast, aber... Nee, nee, es gibt das käufliche Waffe, gibt's, äh, Militär, äh, Scharfschützengewehr. Da oben sind alle drei. Äh, wo? Hier unten ist er. Hier unten mit dem Zug. Einer tot. Ist ja gut. Da ist noch einer. Ach, da ist auch einer. Irgendjemand schießt das mehr. Von wo? Ich hab ihn. Ähm... Verdammt. Oh Gott, er hat sich selbst, er hat sich eigentlich selbst getötet. Echt jetzt? Ja, der hat den Malt of Cocktail gegen die Wand geworfen. Ich seh' Hasi. Ich seh' Hasi. Ja. Der ist öfter irgendwie da hinten. Der ist super, oder? Alle drei dahinter uns, ja. Der Laufschmuss ist klasse. Äh, einer ist da hinten und rund gesprungen. Es klar kommt also um das. Nein, 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 nein. Oh! Batman. Batman. Batman! Batman! Da kommt einer bei Poker, ist einer. Ja, da spielt mit mir Katz und Maus. Und vor euch ist angekündigt. Das ist jetzt Schlagebombe. Da sind alle bei mir. Also alle zwei sind es. Oh, alle. Ich sag einfach mal provisorisch alle. Bei mir sind zwei. Vorsicht, er hat einen Molotow. Brenn. Lex, ich bin bei dir. Links von uns war einer. Ja, links. So, hab ihn aber nicht. Ja, sehr schön. Vorsicht. Oh, da steht er trotzdem noch. Ist denn der? Also einer ist tot. Ah, da sind noch zwei unten. Oh, was ist explodiert? Ja, unten war noch einer. Die rennen ja echt weg vor uns die ganze Zeit, ne? Das ist ein Runner, Leute. Da hinten ist einer. Exekutiert ihn. Oh, wow, da ist noch einer. Rechts, rechts, rechts ist noch einer. Ah, den habt ihr ja schon. Habt ihr auch einen? Ich bin mit dem Spezialexekutieren. Da, die, 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 bin ich ihn, bin ich ihn. Jawohl. Sauber. Leute, das klappt doch. Geh mir Muni, du Sau. Ich will doch nur heilen, wieso rennst du von mir weg. Ich will nicht geheilt werden. Hinter uns. Hinter uns. Ich will nicht unkratzen. Ich will nicht unkratzen. Na ja. Halt auf zu krauschen. Ich hab drei Medikids. Egal, scheiß auf die Medikids. Ich bin fast. Da kommt einer. Hab ihn. Habe ihn. Das ist doch einer. Ist mir egal, du Arsch. Ist mir egal, ob er sie mich. Ich hab den ersten Tod für euch. Nee, ich wollte einen Null gewinnen. Brug. Oh, sorry. Ich wollte den Finishing, der hat mich genervt. Unbedingt wollte ich das. Ganz doll. Komm, stirb doch einfach. Geht doch. Stellen Sie sich immer so an, ne? Oh, ich hab den, ich hab, ich hab, ich hab, ja, ich hab den exekutiert, äh, exekutiert. Oh, da, da oben. Sie haben mich erwischt. Sie haben mich erwischt, Leute. Ah, war eine Armebombe. Sind sie? War eine Armebombe. Da, die, komm her, ich halte dich. Nein. Das ist so unfassbar. Warum renne ich überhaupt noch weg? Ah, fuu. Ich brauch einen Medikids. Ich hab einen. Ah, hier ist ein Medikids. Gut. Danke, Medikids. Ich sterben. Ey, ey, ey. Fuck, halt, ich sterb. Warte, halt durch. Ich helfe. Das war ein, 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 das war ein. Mach schon weiter. Oh, ja, ich rede schon wieder weg. Hä? Sind sich jetzt schon wieder weggedammt? Ne, hier im Dings sitzt einer. Einer steht da oben hinter dem, äh, Container. Oh, verdammt. Äh, verdammt. Oh, wo ist der denn hin? Okay. Einfach mal draufschießen. Ey, ich hab nix gekriegt. Nehm uns. Warum hab ich nix gekriegt? Ich hab den geprügelt, wie blöd. Ich, ich hab ihn auch so exekutiert. Also ich dachte, er wäre da noch nicht kauer. Hey. Sorry, hab exekutiert. Kommt einer. Okay, hau ab. Ja, nee, nee. Hey, ich seh's immer zu spät. Du kannst rücklaufen so'n bisschen, aber. Hab ihn. Egal. Komm, geh mal. Däh. Achtung, Rauchbombe. Und ein Molli irgendwo. Da unten kommt noch alle. Da hinten, hinter der Röhre. Aber der andere ist auch tot. Ha, ha, ha. Könnt ihr nicht mehr retten. Der ist voll. Bei mir, bei mir. Alter, was da los? Ne Nagelbombe. Ne Nagelbombe und ein Molli. Au. Sind echt wahnsinnig. Auch ein Molotow. Er hat in den geworfen jetzt. Nein, jetzt bin ich mal gestorben. Ach, der neben mir. Oh, Katja wird exekutiert. Lalalalalalalalalalalalalala. Lalalalalalalalalala. Jetzt rüstet ich die halbeautomatische Waffe aus. Jetzt geh ich hier hoch. Jetzt geh ich nach links. Und jetzt die Rolltreppen hoch. Oh, der war schön. So was kann ich auch, ey. So will ich auch. Ah, wieso hast du mich erwischt, man? Killing. Oh nein, 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 nein. Ich will mich retten, bitte. Ja, Krabbel runter. Hä, hä. Hä, hä. Nur, dass ich reinkomme, dass es verpasst. Oh, bitte, bitte kommt keiner. Dankeschön. Was sind denn alle? Der ist sowieso keiner. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Bleib frei. Nimm jemand mit dem Woll, Molli, beschossen. Beschossen. Ja, sag ich auch, ne. Beschossen. Ich wollte. Ich sehe nicht. Ah, fuck der. Hä, wo sind der? Ach so. Stürf, Junge. Nein, ach, Gumpf, du. Tötet sie, ich krabbel. Ne, hab ich erwischt, hab ich erwischt. Krabbel. Ich hole euch. Von weg, weg. Ich hab's. Ja, ich, verdammt. Das, 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 jawoll. Und du. Ah, Simon, geh weg. Hab ihn. Bruder, drüge da. Warte, ich hol dich. Warte, wegs, nein. So bist du da runtergegangen. Na. Ich hätte dich gekauft. Das ist sie. Los, wir machen sie platt. Es sind nur noch ein paar am Leben. Oh, jawoll. Ganz gleich. Drei noch. Hast du den, Drew? Abgestochen, ja. Okay, gut. Dann hol ich mal vor, Rit. Hä? Da. War jetzt irgendwas rot bei mir. Ey, ich war schon um die Ecke. Was soll denn das? Nein. Na komm. Fertig. Los geht's. Holt ihn euch. Der kloppt nicht gerade tot. Schnell, 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 schnell. Schnell, holen, holen, holen. Ja, schießen tot. Nein, red weg. Was geht's doch nicht? Ich spiele auch so eine Kacke zusammen, du. Ich hab euch die meisten Leben gekostet bis jetzt. Das gab's doch zwei. Hey. Der hätte voll sterben sollen. Störb, Mann. Ja, ich hab ihn. Hey, sehr gut, Wax. Ich bin schon alt tot. Aha. Nein, nein, nein. Spuck auf seine Leiche. Oh. Spuck. Aber nicht. Spuck. T-Bag. Ich hab, ich seh den letzten, der ist hier bei mir. Auf der genau anderen Seite. Komm zu dir, Kati. Ich hab ne Rauchbombe und ein Messer. Ich auch. Äh. Ich seh dich, Kati. Ich hab kein Wurst. Was ist denn der? Irgendwohin. Auch getroffen. Was war denn das für ne Kapitare Rauchbombe? Wo ist er denn? Hier. Hörn, die meiner Seite. Sei gut, Wax. T-Baggen, wo ist der für den T-Baggen? Ich bin ja doch nur dreimal gestorben. So, hier. Fuck, nein. Draußen. Nein. Dummes Spiel. Ihr müsst den linken Stick reindrücken. Das ist viel lustiger. Da macht er so die Siegerbombe. Bei mir macht's so ne Dankverbeugung. Oder das erste Mal, dass ich Minusvorräte habe. Dankverbeugung. Oh, ja. Ein Gewinn. Also, wir haben gewonnen, aber dann sowas. Ruhe. Was? Ruheausbruch vorüber. Gut, Leute, wir hauen ab. Okay. Tschüss. Tschüss.